Der Bariton von Tom Smith. Es ist das Erkennungszeichen der britischen Indie-Rock-Band Editors. Nach einer vierjährigen Auszeit melden sie sich nun mit ihrem neuen Studioalbum The Weight of Your Love zurück. Von den Zynti-lastigen Klängen aus dem letzten Album haben sie sich auf ihrer neuen Platte verabschiedet. In Deutschland ist die Band gerade auf Festivaltour. Festivals sind ein Teil von dem, was wir tun. Manchmal laufen sie gut und manchmal eben schlecht. Aber hier ist es wirklich cool. Wir freuen uns schon darauf zu spielen, weil wir hier eine lange Spielzeit haben. Auf manchen Festivals kann man nur sehr kurz spielen. Und wir wollen immer viele Songs spielen. Und das können wir heute Abend tun. Vor der Kraftzentrale im Landschaftspark warten auch schon unzählige Fans auf den Beginn des Konzerts. Wir kommen aus Holland und wir sind hier gekommen, um Editors zu sehen. Also wir haben einfach eine coole Atmosphäre, die die einfach aufbringen. Ziemlich spezielle Stimme, spezieller Sound. Also ich finde, es ist eine sehr markante, coole Stimme halt. Und ja, ich mag halt auch diesen 80er-Sound. So ein bisschen retro ist cool. Ruhig, also guter Live-Ex. Also ich bin gespannt. Und um all ihren Fans gerecht zu werden, spielen sie natürlich alle Singles, die sie im Laufe ihrer zehnjährigen Karriere veröffentlicht haben. Der Auftritt in der Kraftzentrale ist für die Band, die oft auf Bühnen steht, etwas ganz Besonderes. Die Umgebung hier ist einfach einzigartig. Während des Sommers spielen wir häufig auf Plätzen, die einfach überall sein könnten und alle gleich aussehen. Da ist es echt mal angenehm, an einem Ort mit Charakter zu spielen. Hier herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist echt cool. Generell sind die Musiker gerne in Deutschland und das nicht nur wegen ihrer treuen Fans. Wir verbringen gerne Zeit in Deutschland und wir hatten schon einige tolle Shows hier. Ein paar Festivals, ein paar Auftritte in Clubs. Naja, man behandelt uns immer gut und das deutsche Essen ist immer so lecker. Was gibt es an Deutschland nicht zu mögen? Perfektion ist das Stichwort bei den Editors an diesem Abend. Auf der Bühne geben sie dann alles und das danken ihnen auch ihre Fans. Danke schön!